So, da bin ich wieder. Es geht weiter. So, wo müssen wir denn hin? Da gehen wir ja auf den Senkringer eigentlich. Aber gut, hier rechts auch noch viel. Sieht davon geil. Ja, wie gut wie. Ich glaube, die Jungs sind nicht so gut auf uns zu sprechen. Ich könnte mich auch. Schon wieder ein halbes Level. Ja, die fixieren. Ich bin ein halbes Lauf. 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 Mein Name ist De Sade. Ich bin von der Kongregation von Merchants. Wir würden gerne mit deinem Herr. Fortschritte wie du bringen nichts, aber Schmerz und Schmerz. Die letzten, die hier hier kam, haben wir unsere Präsenz. Ich muss Ihnen sagen, dass ich die Verantwortung bin. Wir hatten keine Wahl, aber ich habe alles in meinem Macht, um die Blöden zu verhindern. Ich habe deine Wörtern'er Leben geholfen, als sie auf unsere Merse waren. Sie sprechen von dir. Sie sagen, dass du die Wörter sprachst. Du hältst deine Frieden? Ich versuche es. Dann kannst du in. Aber wir haben einen Augenblick auf dich. Daran, unser Chef, wird nicht glücklich zu sehen. Du musst sie überzeugen, dass du auf die Hoffnung bist. Du kannst sie wegwerfen. Der war einfach eine cool Horstung, das stimmt schon. Wir brauchen einfach krass an Schüt. Tewed! Was machst du? Wer lässt dich passen? Deine Männer. Wir sind hier, mit deinem Chef zu parley. Parley? Mit Reneigse? Du glaubst wirklich, dass... Lass das zu mir. Ich will wissen, was sie sagen müssen. Ich weiß dich, Reneigse. Es ist du, der freut die Lohanen prisoners. Du hast keinen von mir verloren. Das braucht großartig. Speak. Ich werde dich hören. Ich werde dich verabschiedern. Ich werde dich entspann ja. Diener sind zu sein. Sie hat eine Krankheit in unserem Land. Die wütendsten unserer Menschen. Ich frage dich nicht, die Tier-Nahak-Kadaktas zu erlösen. Nur um mir zu helfen, eine Zuschauer zu bekommen. Die Rehme, die sie weiß, wie sie zu machen, kann viele Leben schützen. Und wie wissen Sie, dass sie eine Rehme für deine Krankheit entfernt? Die Säge haben gesagt, dass sie sie zu sprechen, wenn sie hierher gekommen sind. Aber warum fragst du? Gehre dir die Menschen nur noch mehr Kraft. Warum sollten wir dir helfen? Du könntest diese Rehme, als eine Kugel für Geld. Ich verstehe deine Angst vor den Kontinenten. Es ist nicht meine Intention zu douse das Feuer. Es ist nur was diese Rehme, könnte das Rehme, für dich in exchange. Du könntest... ...trade es für eine Promise of Peace. A trade? You finally are speaking in our language. But it is not peace that we want. It is that you leave us. That trade is something I would like. But your kind does not understand exchange. They are always lying. How to trust them after all the crimes they have committed against us? How can we be certain you do not want to kidnap the Tjernahakadaktas like the others? You have my word that after we have spoken with her, we will leave her in peace. If you betray that promise, we will become our enemies. You and all of your clan. I am aware of that. I accept the conditions. You will find that Tjernahakadaktas in the village of Vigshardir to the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. Okay. War ich doch richtig? Bei Youtube gibt es die ganzen Sets. Können wir uns ja gleich mal kurz angucken. Kann ich ja beim nächsten Mal dann mal kurz sagen, welches war neben oder so. Irgendwie so. Er könnte theoretisch glaube ich mehrere Sets uns holen. Für unsere Verbündeten. Glaube ich. Ich glaube die können das auch tragen. Wenn die die Voraussetzungen halt haben. Erfüllen. Hier auch mal. Micho. Das war's. Ach den. Den ja. Okay, da ist's nur Sammleit. Das äh. Äh. Wir sollen es nicht durchlesen. Kann es mal auf. Ach TÜCH SCHÖINZE. Jetzt schon weiter. Ein bisschen Apfenschuss. Aber noch mal auf der rechten Seite ist gut. dann kann ich hinterher so langsam wie gesagt in die linke seite sondern transition machen das war jetzt zwischen zielen ich weiß gar nicht wie wir das mit dem erkunden am besten machen ob ich da wirklich eine komplette session vernehme oder ob wir das nochmal entdecken ich weiß es nicht ich kann einfach von rechts nach links sozusagen rüber wischen die orte abhaken sind auf jeden fall wichtig kann man schlau sich fortbewegen da ist da wer gut goodday i'm looking what are you doing here you are in a hidden village a sacred village Die Renekse haben keine Platz hier. Ich suche eine Audience mit der Mistress von Wisdom, die Tierna Haak-Kadaktas. Do you know where I can find her? Die Tierna ist in ihr Haus. Sie geht, sie kommt, wie sie ihr Herz wünscht. Nur die Vogue Glendijk muss wissen. Und wenn ich wo sie war, es ist nicht ich, die zu erzählen, die Renekse. Geh weg, leave mir jetzt alleine. Ich habe viel zu tun. Der Great Hunt ist gekommen. Du sprachst über eine Great Hunt. Was ist es? Eine Zwiebelung, natürlich. Wie in deinen Ländern Sie hauen ihre Landen und schützen ihre Abundanz? Well, uh, es ist ein bisschen... Ihre Renekse sind sehr strange. Es ist kein Wunder, dass Sie zu unseren Landen gekommen sind. Wenn Sie nicht die Landen mit der Great Hunt haben, Sie müssen die Game zu hauen. Each Jahr, ein unserer eigenen, unser Best Hunter, dreht sich auf als die Andrik. Er wird die weiße Andrik während einer ganzen Nacht und die anderen hauen ihn. Wenn er sie wegkommt, wird das Spiel abundant sein. Und die Gathering fruchtig während dem gesamten Jahr. Es ist eine sehr wichtige Zerubung. Ich muss meine Leif nehmen. Weil haben nur sie, ne? Sie sind hier wieder. Bitte, jetzt. Ich wünsche sie keine Schmerz. Ich muss nur mit ihr sprechen. Sie sprechen gut und sagen schöne Dinge, aber es ist mit deinen Fähigkeiten, dass du dich verletzt hast. Dann, in diesem Fall, erzähl mir, was ich kann machen? Hmm. Es gibt viel zu tun, in dieser Saison. Und Pedir, der Great Gatherer, hat nicht zurückgebracht, aus den Wald. Sehr gut. Well, would you like me to go and get him? That would be good. I seek the mistress of wisdom, the Tiana Ha Kadachtes. I have no idea what you want with her, but no one in the village will tell her Renekse where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know where she is. Her Voglendeig might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Renekse are not welcome here, and we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Hmm. Why not, after all? No, it would speak well of your intentions. During the great hunt, we placed bells on the path to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm. And the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones. And I am afraid we will not have the time. I would like to say, I have a feeling, we can't do it anymore, you know? We want to do this. Good, then we will do something else. That is the next one, right? That's the next one. Good. My name is . Okay. Oh, my name is . My name is . Die machen wie gesagt jetzt auch nacheinander, weil wir kurz haben, nehmen wir die nächste an und so weiter. Okay, also wir müssen hier wahrscheinlich rein oder hier? Allerdings würde ich gerne nochmal hier empfehlen. Ist das eigentlich? Sieht man aus? Ne. So, da durch und dann rechts. Ja. Da sind noch ein paar Viecher. Sollen wir uns anschleichen? Sicherer. Oh. Ne, 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 du siehst uns nicht. Ne, 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 ach komm. Ne, ne, ne. Ja, oh, anleggen. Dass es sich gedreht hat im Moment. wie schwer sind wir eigentlich Fähigkeiten schreiben die nehmen wir da gerne wo ist er da gerade einer ach da so geil jetzt die frage können wir hier lang oder da unten da waren wir auch noch nicht wir gehen erstmal hier lang ich glaube das ist der richtige weg wir waren nicht ganz sicher das müssen wir noch mal zurücklaufen ich hab da gefühlt da haben sie nun nötig dazu holen aber gut das ist ja schon mal gut aus hier okay speichern das ist nämlich ein bisschen größer okay 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 ganz ruhig jetzt sagen dann lassen wir erstmal ja ne ne das sehe ich gerade wie ein gothic spiel einfach außenrum und angst haben ist doch kein händler erstmal was hier ist nein hier Lager Lager habe ich am liebsten Lager habe ich am liebsten geräusche grü primary grüß 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 Wer weiß, vielleicht wird diese Alli mehr lebendiger werden. Achso. Danke. Es war ein Freitag. Das ist ein Freitag. Hier ist die Mäne. Es ist vielleicht auch der Bühner zu sprechen. Ja, das ist wichtig. Geht euch. Was kann ich euch machen? Was kannst du mir über die Ruins auf dem Plateau erzählen? Du bist nicht die erste zu fragen. Aber die Antwort ist trotzdem gleich. Ich habe nichts zu sagen. Nicht, dass ich nicht wollen, aber ich habe nie gehört. Es ist eine ganze Zeit, aber es ist noch nicht da. Okay. Aber diese Tunnel sind vollkommen. Wir wollen die Mineralien nicht mehr. Was noch mehr zu fragen? Wir sehen, dass es so viele Menschen nicht mehr gibt. Wenn wir alle die Tunnel zu bauen, dann wäre es zu wenig. Aber die Zeit wird. Wenn die Leute von diesen Schrauben von diesen Schrauben hören können, dann werden wir viel länger sein. ist da mir das dieser spenden was beschädigt so einreisen krass aus oder gibt uns Da... Ja. Gehen wir durch? Ne. Wir auch nicht. Also müssen wir wohl zurück. Und einen anderen Weg suchen. Die Frage da lang. Gehen wir mal da lang. Eine Leiter wäre die andere Möglichkeit gewesen. Die Nehm ich doch gerne mit. Das ist die Regeneration jetzt da. Ich glaube vorhatte ich gar nicht. Dann wird es wohl die andere Seite sein. Aber wir haben noch ein bisschen. Ich habe es halt quasi nicht vorhanden. Wir können noch ein bisschen Luder hinsammeln. Das ist auch mal was. Von rechts. Ja, aber da hinten ist noch was. Wisst ihr was? Forgot. Ne, den anderen Weg. Ich weiß nicht, was das Fragezeichen ist. Okay, doch der andere Weg. Tadadadam. Tadadam. 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 Also wenn ich jetzt hier runterfalle, habe ich ein kleines Problem. Wait, das ist ja schon woanders, ne? Was... Bist da lang? Oder da unten? Ha, nehmen wir da mit. kurz dahin kam wir könnten ja umbringen aber wir haben die arena zum leveln zur not toll ich bin sie ach kommen also dass das fragezeichen sehr langweilig so nee 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 nene Ah, goddammit. Puh. Find ich einfach. Teilweise. Ich denke da oben gibt's nur einen Lager, oder? Ich meine, eins fehlt noch. Das ist schon eine geile Aussicht. Hey, ich will mich da hinstellen. Ist ja doof. Das ist glaube ich der hier, ne? Sollte er sein. Sollte er sein. Hier sind wir. Das sind die Räume, die Frau Lorraine mit uns gesprochen hat. Und sie war richtig. Sie sind nicht in der Nähe von der Schnellbein. Das sind die Innenstädte. Das ist die Stadt der Schnellbein. Das ist die Architekt. Sollte er sein. an oder wir bringen erst mal ich hasse diese wieder mal so nervig der sie groß aus ok ok lass deine passbarwaffe bitte drin danke Gehen! 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 Du machst damage! Jetzt aber mal zurück zu kommen. Das fühl ich ver-fucking-groß. Das ist genau noch größer. Hä? Gibt es hier nicht? Gehen! 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 Ich glaube nicht, dass ich Sie nicht verletzten von den Anfragen von Ihren Anfragen. Aber diese Geschichte ist bekannt. Ich weiß. Das wird nicht helfen, unsere Beziehung mit Ihren Menschen, das ist sicher. Es geht um, dass Zeiten verändern. Sie denken, dass Sie damals die Konferenz waren. Sie müssen mir mehr Geld für die Schutz. Wenn es rauskommt, werden wir die Menschen sehen, dass sie die Reden sehen. Das muss der Grund, dass sie uns in der Nacht gehalten haben. Konstantin wird nervös sein, wenn er das lernt. Da 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 Und da haben wir noch... Ich hab Magik... Ich weiß nicht, ob ich so ein... Wahnsinniger... Ich hab' die Schoss noch, um mich werfen, kein Wunder, ne? Da! Oh, da hab ich wohl Schlossklacken benutzt. Eigentlich wäre das rostige Schlüsse für die Truhe gewesen in der Mitte. Wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzählen darf. Ich würde sagen... Da müssen wir noch hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von hier ist. Da müssen wir Vietnamri Lager. Da haben wir nämlich hier alles erkundet. Und dann geht's glaub ich kurz nach Serene. Da gucken wir uns mal dieses Rüstungsteil da an. Und dann geht's theoretisch weiter mit Kurzquest. Ja. Ja, und die... Genau. Hier oben kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir noch ein bisschen Level. Weil wir da was Bestimmtes noch äh... Erlernen müssen. Da müssen wir noch nicht verfehlen. Also... Einmal die Markierung. Und ab dafür. Da... 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 Ich weiß gar nicht mehr... War da auch noch ein Pich? Ich weiß gar nicht was das war. Ich glaub da war auch noch ein Alter. Aber sicher bin ich mir nicht. Ah... Auf jeden Fall... Heißt das erstmal... Speichern. Diese Viecher, ne? Nein, 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 nein. Komm schon. Hier. Hier. Geben da. Okay. Jajajaja. Ich hab's verstanden. Dieser Schattenstatt da ist so blogen. Wir wollen Fabio Minusens 20 mal生 behalten. reaktionen wo ich einen dummen Tod sterbe, immer speichern ne 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 ihr seht mich nicht die so stark Sehr gut. Ich zieh auch noch weiter. Was gibt es hier? Eine Kiste. Toll. Lehm. Die hätten die ruhig mal geilen Loot reinpacken können, wenn man sich schon die Mühe macht und da in die Ecke geht. Keine Notiz. Äh, nee. Nee, das wird nix. Ich weiß, was das ist. Das sind Markierungen. Die ich ungern sehen will. Im Early. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, wir sind raus. Ich hab mir schon auf schwer die Zähne an den ausgebissen. Wir sind noch nicht mal annähernd in der Nähe von so 20, Level 20, 25. Das sind die hier, also, nee. Einfach nein. Da gehen wir lieber zurück. Weißt, was ist das? Ja, wir sind die Zähne an. Ich bin, was ist das? 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 ja wir berichten hin und nicht wie können weil oder richten eben schon mal eigentlich schon kurz machen oder ach nee kommen wollen wir nicht alles in einem abwasch machen wenn man den sowieso berichten was wir herausgefunden haben bei den ermittlungen wer gerade anstellen wir müssen umständlich gerannt also wir gehen aus sirene raus und nach links raus und links jetzt in die mine rein kann eigentlich die mine sein hallo erstmal da geht es nicht rein hier ist auch nicht ich weiß nicht was profit gelesen hat hat aber ich sehe links nichts was er meint rechts ich weiß es nicht sie ist leider nicht mehr zu viel text hier bin ich doch links ja ganz nur hier raus oder hier raus das ist news screen dann gibt es die mine das weizenfeld und dann hat die zur ebene da wollte sie so hin da wäre ich sowieso in gang wegen petrus und kurt hier kommt immer diese challenger wenn ist das da oder so dann kann sie nur das sein wir müssen aber noch hier denn da ist krasser schied das ist das oberste fragezeichen das ist das oberste fragezeichen das ist das oberste fragezeichen das oberste fragezeichen das oberste fragezichen das oberste fragezichen ich bin aber erst mal das hier dann weiß ich was du meinst wahrscheinlich sehr wahrscheinlich aber erst mal kurz machen mit der ruhe gibt das oberste fragezichen und in das oberste fragezichen ist ja jetzt noch ein lager ist er komplett versteckt ist er komplett versteckt dann können wir ja gleich zu dem lager reisen von dem lager aus wobei ich glaube hier gibt es auch eine direktverbindung mal gucken erstmal erstmal mit dem lager hier schlösser knacken 3 siehst du aussitze schlösser knacken 3 oder was ist mir einer profit level 14 so waldpolizei aufmachen was in front of your arrival by my sentinels but i didn't think it would be you rolf you're the leader of this camp do you know each we train together we haven't seen each other in a long time a very long time the world of warriors is very small what brings you here my old comrade and who are these people with you they're not one of us my name is the sardae i'm the legate of the merchant congregation and i'm seora don a gad of the gaius rad these people sure are important so what are you doing here i've heard things about this place about this very special camp and we wanted to see what it was all about with our own eyes that's very nice of you but visitors aren't welcome in this camp what goes on here is only the guards business does the same apply to me listen kurt i can give you and your friends some answers but only because it's you anyway knowing you as well as i do i'm aware i'm not going to get rid of you that easily so what would you like to know what is it you do here and why is this place kept secret even from your comrades in the guard the natives have their magic and we have to train elites to be able to face them that's what we're doing here our role is sensitive and our location obviously cannot be revealed to the whole island does this man not realize that i'm a donate god i noticed you're a native but you're a friend of kurt's so i trust you will be discreet i see the reason for this kind of training the bridge alliance would be particularly interested in soldiers like these and yet i've never heard of this elite squadron we're still in the early stages of the program we don't want to rush things and our leaders demand secrecy orders are orders this is a huge camp for such a secret location how is it organized the main building is reserved for officers and the wounded the front and rear of the camp are dedicated to combat training but most exercises take place outside impressive and how do you manage recruitment only the best come here those who have combat experience once they arrive they're separated into two squadrons each led and trained by a lieutenant but you already know all of this kurt it must bring back memories yes will you tell us about your training that's a sensitive topic most exercises take place in the field to get the men used to it the natives knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic but if you want to know more you should ask my lieutenant instructors actually we found out about this camp while we were looking for someone a kid i recruited rayner oh i didn't know he was one of yours my condolences i was told he died in an accident in the harbor don't insult my intelligence rolf all right since you're here i guess there's no point in lying to you anymore the accident occurred during a maneuver it's regrettable that these things happen you know we've taken up enough of your time captain i agree and i have things to do i'd like to question your lieutenant instructors if you don't mind to ask them about rayner you've become a real sap fine but try not to disrupt the day's schedule too much goodbye i'm sorry i couldn't contain my anger i noticed good thing you know this captain so well i don't think he would have let us investigate otherwise i'm not sure it's a good thing really left senate captain my friend here would like to learn more about this camp at your orders captain sir can you tell us about your squadron the recruits who come here are the best and in my squadron they get even better i don't know what else to tell you they're disciplined rigorous and effective exactly what you'd expect from the best soldiers what kind of training takes place in your ranks combat in natural settings combat against the savage's magic i'm very curious about how you train against the magic the natives use now these are complex secret maneuvers i'm very sorry but i can't tell you anymore that's a pity it would definitely be instructive i heard the recruit rayner trained here what can you tell me about him oh he was a good one he died a little while ago so we've heard your captain told us he died during a maneuver can you tell us more the training we do outside can be dangerous unfortunately rayner fell to his death in a ravine he fell during a simulated ambush i know it's not glorious but it happens i'd like to get back to work now if you'll allow it captain go on we're gonna go talk to some of your recruits i hope that it won't take too long we're all very busy here we'll be quick lieutenant the story about training against magic is a lie this lieutenant has no idea what he's talking about so what could they train recruits for here then i don't know but whatever it is i don't like it we're going to do it we're going to do it we're going to do it left sentence respectfully captain here is my friend the legards of the merchant congregation he would like to ask you a few questions at your orders i'm listening size like your name einfach so viel gewicht reinbring einfach sagen yo ich bin der gesandte this ad und alle bist du schuld how do the various squadrons in this camp differ from one another the recruits i train are intended to carry out more subtle actions really what kind i teach them how to blend into the background understand customs observe and know when to strike that's strange these skills are normally associated with assassins rather than soldiers these skills are always useful regardless of the enemy or the setting what kind of training do your men undergo i can't go into details but they learn discipline and to outdo themselves you mean to blindly follow orders even to their death but i no captain we also teach them to analyze situations so that they know when to act to avoid risking their lives how did you become an instructor in this camp i have led numerous squadrons before and i've trained hundreds of recruits on the continent i worked with captain rolf in the past and when i arrived on the island he recommended me for this position that's very impressive that's very impressive and i expect that you're familiar with the natives environment and magic yes yes of course kurt don't you think that someone this talented fits what we're looking for you see we need to find someone who can replace kurt to oversee my cousin's security your cousin is the governor of new serene i've heard it's a prestigious position i don't doubt my abilities but an offer like this made so suddenly must have a price we can't hide anything from you we're trying to find out what happened to rayner a recruit who trained here that name doesn't sound familiar he must have been in the shadow squadron the other lieutenant's squadron yes i'm sorry haven't been much use to you did something happen to him he died his body was thrown into the harbour to make it look like he drowned i guess it was one of your recruits my condolences captain we'll question some of your soldiers at your orders but please be quick i'd like to get on with training hello soldier captain we need information your instructor authorizes us to question you of course sir i'm listening how would you describe your training do you train outside the camp yes we do well not exclusively really yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain uh yes i think so well yes that's true problems remembering things soldier no captain what's it like in your squadron very good the phantom squadron is made up only of the very best do you trust your comrades we're like five fingers on one hand sire i would trust them with my life you've sure got the military spirit yes captain we've learned that a recruit died in an accident during a maneuver does this happen often uh no of course not only to those who aren't strong enough that's strange i was told that this recruit was very talented i i don't know what to tell you it's possible if you don't mind i'd like to get back to my training he seems afraid that an accident might befall him too no it's not that i just don't want to fall behind schedule very well go on excellent captain these kids are scared to death yes this boy's answers about his training seem pretty dubious to me you can't hide the lies soldier captain how are you soldier we'd like to learn more about your training i have nothing to say about it sir really go on it's not a difficult question what do you do during training is this a test captain no it's not a test you may speak freely well training is difficult but we can't complain captain hmm that's an interesting way to phrase it you're very united in this squadron at least that's what i've been told united you could say that yes until death that's rather sinister does the name rayner sound familiar to you yeah well no not really you seem rather hesitant afraid of being reprimanded by your lieutenant no well not at all it's just that i can't tell you anything about recruit rayner and we're lucky to have the lieutenant as our instructor captain we should leave this soldier to his work your name soldier wilhelm uh first class recruit wilhelm spectre squadron keep it up wilhelm this recruit wilhelm in spite of himself led on more than the others his resentment is clear but he won't evolve anything as long as his instructors are near yeah we're gonna have to follow the other recruit i mean there must be a newbie ablenk or whatever soldier yes captain at ease we have some questions for you me at your orders captain you look exhausted it's training that rough here it's difficult at first but you get through it taming fatigue that's the key to it all haven't you ever wanted to stop you've never doubted your vocation i'm not a coward nor a weakling the strength of the shadow what is that your motto our squadrons captain you seem concerned about your comrades you keep looking at them no no not at all are you afraid of what they might think of you absolutely not captain we are all of one mind in this squadron we are very united since this is such a close-knit squadron you must have known rainer yes of course but he's not part of the squadron any longer he left really i don't know what you're trying to get me to say captain rainer left the squadron because he was sent on a mission there's nothing more to say sorry mate but that's not what happened i don't know anything more thank you that will be all thank you sire captain i'm yeah Hast du mit uns gekommen? Nein, danke. Ich würde lieber hier bleiben. Geh ein bisschen fräscher. Wie du möchtest. In diesem Fall, bis zum nächsten Mal. Wilhelm, wir brauchen zu sprechen. Und keine Angst, Kurt wird sicher, dass du nicht dieser Weg gekommen bist. Warum machst du das? Wir haben nicht gedacht, dass du etwas gesagt hast, so lange sie hier war. Wenn du bemerkst, andere werden auch. Sie werden mir bezahlen. Noch mehr Zeit zu sprechen. Wenn wir die Wahrheit haben, können wir uns in der Lage machen. Und zu Ende dieses Camp. Sehr gut. Was würdest du wissen? Was ist wirklich passiert hier? Wir wissen, dass Reiner nicht in einer Angstheit sterben. Das ist ein Training Camp für die Garten Elite. Nur die größten Künstler sind bereit. Nur die größten Künstler sind bereit. Das ist eine große Ehre. Eine unglaubliche Chance. Das ist das, was wir sagen jeden Tag. Aber in Wahrheit... Es ist einfach hell. Und immer wieder gibt es noch eine Gefahr. Das ist das, was wir hier heute machen können. Das ist mehr Torte als alles. Wir sind immer wieder gebeten und Begründet, und der kleinsten Begründet nur noch mehr Blöds. Sie haben uns sogar noch geholfen. Wir können uns selbst unternehmen, damit wir nicht darüber reden reden. Quali die Entbewerbs, wir stellen unsere Hände, die Däute und die Zähne nehmen. Und sie sind uns Barbarians. Wir können uns nicht unsere eigenen Kinder durchführen. Ich habe sie gesagt, dass die Spezialist-Trainung gegen die Natives gegen die Städte in die Städte. Aber was sie uns erzählen würde, wäre mehr für die Assassins. Wie für Rainer, wissen Sie was zu ihm passiert? Ja. Ein Tag, er konnte es nicht mehr aufhören. Er verabschiedelt, er kam zurück, und die Leute wurden verletzt. Das ist dann, wenn die Dinge erlangen. Sie haben ihn für Nacht-Trainung geholfen. Was bedeutet das? Es hat nichts zu tun mit der Real-Trainung. Sie stellen uns auf das letzte Minute an. Die Schmerzen sind für die anderen, die sie verletzten. Wenn wir nicht, wir auch werden die Schmerzen. Also, wir gehen in. Und wir gehen. Wenn Sie sich um den Reiner zu verletzieren, können Sie mit mir anfangen. Wir haben alle seine Hände in unseren Händen. Danke für uns das alles zu erzählen. Sie sollten zurückkommen zu Ihren Kollegen. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ich habe diese Kampen geöffnet. Otherwise, ich werde schnell wie Reiner. Wir verstehen das Risiko, Sie haben genommen. Wir werden Sie nicht verletzieren. Wir werden Sie nicht verletzieren. Wirklich. Das war wirklich faszinierend. Captain. Ich habe gesehen alles, was ich musste sehen. Du kannst uns verlassen. Ja, Captain. Wir gehen. Das werden wir gehen. Das machen wir. Ja. Und die anderen sie verletzten, manchmal zu sterben. Ich weiß. Du kennst dich über diese Art Training? Ja. Ich dachte, es war ein Ding des Vergangen. Was ein Monster. Wie dare ich? Ich bin so sorry. Ich bin... Ich bin ein Wort verletzt. Sag mir, hast du etwas Neues gelernt? Ich habe den Ort herausgefunden. Es gibt zwei Teil der Barracks, die wir uns näher sehen müssen. Ich weiß, dass wir uns näher sehen müssen. Rolfs' Quarters und die Basement, die sie nicht öffnen müssen für mich. Du bist voll von Angst, Sengots. Geh ein tiefes Geist und dink. Dann erzähl uns dein Plan. Wir warten für die Nacht. Wir gehen in den Camp Unsehen. Wir suchen die Barracks, die Privat Quarters und dann die Basement. Wir können auch versuchen, wo diese Nacht-Trainung stattfindet. Ja. Ich würde nicht andere Jungen-Rekruten verlieren. Ich würde nicht sagen, dass sie ihre Leben heute Abend verletzen. Besonders Wilhelm. Ach du Scheiße, das müssen wir jetzt noch machen. Wir können nicht speichern. Wir können nicht. Okay, also. Wir müssen hier rein. Strange. There is no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. Ne, bestimmt oben. Hops. Hey Hauptmann Rolf, mein Glückwunsch für die bisher geleistete Arbeit. Du hast deine Mission bisher perfekt erfüllt. Und mehrere deiner Phantom-Rekruten haben wie geplant bereits Positionen im Umfeld der Gouverneure besitzt. Major Herman hat mir einem mitgeteilt, dass du einige Verluste erlitten hast, die aber nichts an unseren Plänen ändern. Fahrer fort mit deinen Bestrebungen. Sollten wir bald bereit sein zu handeln. This letter is disturbing, Kurt. Okay. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems. Including about the deaths. He's gone too far. He dishonest us all. Sieglinde was right. So there work. This room. What could have happened in here? I know this smell only too well. Fear. Blood. Death. Diese Leute haben dieses Ort in einem Ort der Gefahr verändert. Es dauert Jahre Arbeit, um ihre Träume zu entfernen. Das Dokument erklärt sehr viel. Sie haben die Soldaten, um sie zu verbrechen. Rainer zeigt auf dieser Liste mehr als einmal. Er hat ihnen viele Probleme gegeben. Die Leute, die zu viel zu verbrechen, werden sie während der Nacht trainieren. Rolf, du hast das Geld. Kurt, Wilhelm's Name wurde in die heutige Training geflüchtet. Das ist der Junge, der uns geholfen hat, nicht wahr? Sie werden ihn wahrscheinlich für ihn töten. Wir können sie nicht töten ihn. Wir müssen diese Training stoppen. Der Risiko ist, dass Rolf wir uns. Wenn dieser Junge stirbt wegen uns, dann werde ich mich nicht entschuldigen. Okay. Ja. Ich habe die Anfahrt geholfen, um sie zu verbrechen, um sie zu verbrechen. Wir müssen uns nicht zu verbrechen. Du hast mich wieder einmal zu verbrechen, Kurt. Du bist für diese Junge zu verbrechen. Sie sind nur Kinder. Es muss ein Weg sein. Wir machen was wir können, Kurt. Ich kann nichts mehr sagen. Ach komm schon. Erzählt nicht. Lüge. Lüge. Du hast mich wieder einmal zu verbrechen, Kurt. Du bist voll von Kompassion für diese Junge. Sie sind nur Kinder. Es muss eine Art Weg sein, um sie zu reden. Wir machen was wir können, Kurt. Ich kann nichts mehr sagen. Es ist halt immer welche killen. Das ist gut für die Seele. Jetzt werde ich mich nie im Leben gesehen, da. Eine Verarsche. Naja. Naja. Alles, was wir tun müssen, ist, sie in der Pid. Ach, den einen da, der war nicht schlimm gewesen. Ist mir egal. Also, wenn du ein kaltierst machst, ist das schon gewesen? Wann du das? Ja. Du kannst nicht wissen, wie die Schaden sind. Schaden. 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 Ich werde mich nicht wiederholen. Schaden. Diese Tragen. Soldaten, hör auf deinen Kapitän. Du bist die Zerwein dieser Möller. Und wir sind hier um dich zu retten. Wir tun unsere Besten um eine Beleidung zu bewegen. Um deine Leben zu beschweren. Aber was willst du machen? Wir haben Ordens. Und wir wissen, was werden wir mit uns passieren, wenn wir nicht übernehmen. Enough! Two Arme, Attack! Schatz. Das ist so. Füfft, füfft! Das ist so. es gibt es doch nicht ich muss ich noch mal schleichen oder dann werde ich aber ich war ja davor das ist verladen ich lade nicht wenn ich es verkackt habe ich es verkackt was haben wir einmal erst zählt nicht das war ein bullshit ich jetzt da hinten lang oder willst du auch bewegen oder das du jetzt meine richtung weg dann kriege ich aber so einen rappel das sieht gut aus die frage ist ob die gnade ausreichend dass wir es damit versuchen jetzt im endeffekt wird es jetzt wieder neu verrechnet könnte wird schon das glück noch mal probieren das ist das ist das ist Und wie könntest du ein Teil dieser Verbrechung sein? Du wirst, dass das die besten Soldaten sind. Soldaten, holen Sie die Anfeuerung! Die Verbrechung! Stopp! Wir machen unser Bestes. Aber was hast du? Es ist genug! Ich muss mich daran erinnern, was zu Reiner passiert. Und wie viele andere verletzten, um die ambitionen dieser Kampffahrer zu erzeugen. Ist das das, was du gefeiert hast, als du aufgerüstet hast? Vielleicht nicht. doch kommt schon ich kann ich will zum ausweichen ihr habt gerade einen attack gemacht wurden dahinten steppen und die habe ich einfach gelockt es ist Ja. Ach, scheiße, wir haben die nicht gerettet. Fuck. Wir bekommen den retten. Da gab's ja was. Da haben wir jetzt noch mal. Laden wir noch mal. Echt? Komm. Prophet, du sagst das. Ich glaube, wir müssen hier laden. Den hab ich ja voll vergessen, ne? Ich war so fokussed auf, da hin müssen wir. Ich hab den komplett vergessen. Locked. Ich hab den ja komplett vergessen. Was könnte hier passieren? Ich weiß, das riecht nur zu gut. So. Angst, Blut, Tod. Was hatten wir ja schon. Das war schon echt dumm, ne? Der ist jetzt vergessen, ne? So. Das Problem ist auch. Ich hab, ich war hier und hab das da oben gar nicht, ne? Gecheckert. Da steht's ja noch mal. Da steht's ja noch mal. Da steht's ja noch mal. Ist das eben da? Ich hab mir nämlich direkt als erstes machen können. Geht's ja noch mal. Komm, jetzt gucken wir auf. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Jetzt mach ich einmal. Gegen meinen eigentlichen Grundsatz. Jetzt können wir auf das Happy End gehen. Aber ich glaub, wir müssen ihn noch mal überreden oder so. Aber ich glaub, wir müssen ihn noch mal überreden oder so. Guck mir, dass wir ihn über überreden. Ich hab' das nicht erwähnt. Oh, oh, oh. Hallo, hallo. 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 Ich bin dabei Wenn er nicht aufschluss ist Was er an honor Es gibt in den Verzweig zu töten Einen anderen Als man einen von euch rettet die line None Wir folgen Orders Nothing mehr Du hast Manipuliert Aber es ist nicht zu lange zu retten Das Mit honor Du bist Das ist Das ist Wir werden nicht mehr Wir werden Wir werden Inbeciles Traiters So, geht daun. Hat dir meine Kettlinger angesehen? So, ja, nicht sehr glorreich, ich hab da, ja, ich hab Scheiße, ey, war mein Bad. Da hab ich richtig Scheiße gebaut. Ich will ihn vergessen. Let's hope that Rolf didn't hear the sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Ich glaube, ich hätte die Mission einfach später machen müssen, wenn ich ein höheres Level bin. Oh, dupsi, dupsi. Ich hab natürlich, äh, Discord vergessen. Natürlich sehr, äh, schmort. Wir werden das jetzt noch machen. Ich hab ja noch mal erstmal Pause. Aber wir werden vorher uns noch die Rüstungssets angucken. Ja, toll. Was ist das für eine Bullshit-Kombi gerade hier? Der muss sich erstmal bewegen, ne? Jetzt kommen wir nämlich hier nicht weiter. Ich könnte probieren. Äh, nee. Also, ich könnte es probieren. Was machst du jetzt? Ich glaube, der jetzt da stehen oder was? Kannst du mir nicht erzählen. Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Och. Och, komm, ey. Nee. Kein Bock drauf, ey. Kann nicht sein. Der war noch nicht mal gelb. Du kannst mir nicht erzählen. Der war noch nicht mal komplett gelb und ist schon zu mir gelaufen. Wie ist denn jetzt da los? Wie werde ich denn los? Ich würde jetzt gern Steine haben. Ablenkung so. Ich brauche auch nichts, ne? Ist irgendwie für Ablenkung so. Cool. Ja, dann lass ihn doch sein. Ich meine. Kann ich auch nichts führen. Ich glaube, Nebeltrank war das, ne? Ich glaube, Nebeltrank war das. Ja, 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 ja. Komm mal, ich bin... Ich bin ein Genie. Ein Virtuose auf meinem Gebiet. Oh. Ich bin's einfach, ne? Leute. Ich hab voll vollkommen vergessen, dass es den dran gibt. Oh, das ist so schlecht gerade alles. Es war eigentlich ein sehr schöner, äh, hier, Playthrough bis jetzt. Und dann komplett verkackt. Komplett reingekintet. Du weißt, dass das, wie die beste Soldaten sind. Soldaten, grabbe deine Wehäuser! Die Tod für die Traitorien! Stopp! Wir tun unser Bestes, um ihn zu erinnern. Aber was... Enough! So. Jetzt können wir Wilhelms Rettung nämlich erwähnen. Irgendwie sowas hat, glaube ich. Es war heute noch Wilhelms Rettung. Es könnte jeder von euch sein. Eine Lieche. Nur die Wehäuser fallen. Also müssen wir prüfen, dass wir nicht von ihnen sind. Nassau. Ich habe gesehen, wie die Soldaten nicht mehr von euch gesehen haben. Und ich habe gesehen, dass viele Soldaten sterben. Wichtig oder nicht. Ich habe gesehen, wie die Kampen dieses Kindes vorhin. Full von Torture und Sadistik Offices. Ich dachte, es war ein Ding von der Vergangenheit. Aber ich bin falsch. So help me make sure this camp really is the last of them you You're right captain If we don't put down our weapons This will never end no Congratulations left tenant you've trained cowards their training wasn't finished captain and the speeches were so convincing silence Where is this second squadron should have been here a long time ago. They're not coming Hmm they surrendered to it would appear that your training methods aren't very effective Now that you no longer have lackeys to send after us Rolf, you'll have to get your own hands dirty I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long Fighters to golf Zack So, and now? Which is crazy Will you be alright, Kurt? Yes Yes I'll be fine I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life Without you I hope you can forget all about this This is not what the guard is about I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm I've been in your shoes on other nights You didn't have the choice While we wait for this camp to close for good You'll be under Wilhelm's command You'll soon receive your transfer orders At your orders, captain Glad it's you, Wilhelm You'll stay here for now I'll send men I trust to come get you soon What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this We must go see Major Sieglinder in New Serene I need to tell her what was going on here Are you sure she wasn't involved? Her? Never She's old school She already held the commander at a distance Because she didn't like the direction the guard was headed He would have sacked her Or worse If she didn't have so much support within the guard I should have listened to her There's no use brooding over the past Let's go We'll go and see her immediately Nein Tja Prophet Da war's das wohl mit deiner Verrüstung erstmal Hätte ich wohl vorher holen müssen Sieglinder Ich muss mit dir sprechen Was ist das Problem, Kurt? We've just returned from a training camp A secret camp Where elite soldiers are trained Through terror, humiliation And torture Don't tell me that Yes One of my recruits died And he wasn't the only one It is designed to create a regiment of assassins I am sorry, Kurt I knew something was wrong But I never would have thought it'd go that far We put an end to it all We had to But Torsten allowed it Even encouraged it I told you That the commander's ambition Would end up leading us astray From the ideals of the guard And That we would pay the price for it Yes At the time I told you You were exaggerating That he had his reasons What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder And reveal the commander's project To the governor of the congregation If I were as close to him and his family as you are I would have done so a long time ago I know I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now You've always been a loyal person, Kurt And too many loyalties are sometimes hard to reconcile But Torsten betrayed us all I'm counting on you to make him pay for it Believe me He won't get away with it Goodbye, Sieglinder Goodbye, Kurt My men and I stand with you Richtig so So Kommen wir jetzt Wait Okay, dann nicht was So, okay Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder weiter kommen, ne Gut Das war's Dann sind wir durch Würde ich sagen Fürs Erste Ich mach jetzt erstmal ne schöne Klickte Power Ah ne, halt Wir gucken uns noch die Rüstungssets an Sekunde 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 Lass mich mal eben Hier ein paar Sachen machen Okay, dann Wir gucken uns noch ein paar Sachen machen